Ja, also es ist 19 Uhr, lieber Webinarteilnehmer, einen schönen guten Abend. Wenn Sie mich noch nicht kennen, mein Name ist Thorsten Jäger, bin schon einige Jahre im Online-Marketing dabei, ich kenne den Stefan auch schon sehr, sehr viele Jahre, wir sind also schon mehrfach über den Weg gelaufen und kennen uns schon sehr gut, kennen uns auch persönlich und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass er heute Abend hier mit bei ist. Warum ist das Ganze zustande gekommen? Das ist ganz interessant, es war letzte Woche, Stefan hatte mich kurz angechattet und wir sind dann ins Gespräch gekommen und da hat er mir etwas erzählt, was er Ihnen heute auch hier vorstellen wird und ich war, ja, ich kann es gar nicht runterzählen, aber es waren wirklich wenige Minuten, da hat es bei mir geklingelt und ich habe gesagt, ja, das ist ein super Thema. Und genau das wird er Ihnen heute Abend hier vorstellen. Also, ich freue mich drauf, freuen Sie sich drauf und wir werden jetzt loslegen, ich werde jetzt das Wort an Stefan übergeben und ich wünsche Ihnen also jetzt in den nächsten Minuten viel Spaß bei diesem Webinar, ein Sonderwebinar deshalb, weil es wirklich eine ganz spontane Sache war und deswegen haben wir es heute Abend auch gemacht. Also, viel Spaß, bis nachher. Ja, von meiner Stelle nochmal herzlich willkommen hier aus Krefeld heute Abend. Wir werden den Chat während des Webinars schließen. Sie haben aber nach dem Webinar, so circa nach 30, 33 Minuten natürlich die Gelegenheit, mir Fragen zu stellen, die ich sehr, sehr gerne dann auch beantworte. Der Thorsten hat es gerade schon gesagt, es hat geklingelt, nachdem wir geskypt haben und das ist in den letzten 14 Tagen bei dem einen oder anderen passiert, der das, was ich Ihnen hier heute Abend vorstellen darf, auch kennengelernt habe. Und es ist wirklich spektakulär und ich möchte Ihnen da mal meine ganz persönliche Story ganz kurz erklären, wie ich zu diesem ganzen Thema, was wir heute Abend hier besprechen, nämlich ein digitaler Flächenbrand, der hier gerade gestartet ist, gekommen bin. Und bevor wir das tun, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Slide selbst zu steuern, das ist fantastisch, möchte ich ganz kurz hier auch im Namen des Unternehmens, was ich Ihnen heute Abend vorstelle, auch deren Rechte waren. Dieses Webinar wurde von mir erstellt und in der Eigenschaft eines unabhängigen Vertriebspartners des Unternehmens, Nörs, was dahinter steckt, werden Sie gleich erfahren. Und die Inhalte und Meinungen in diesem gleichfolgenden Webinar repräsentieren ausschließlich meine persönliche Meinung und Sichtweise und nicht unbedingt die von Nörs, deren Gründern, Inhabern oder offiziellen Vertretern dies zum Thema Markenschutzrechte waren. Und ja, ein digitaler Flächenbrand ist gestartet und ich darf Sie nochmal an dieser Stelle recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Stefan Berns. Sie wählen sich immer noch weitere Teilnehmer an und das zeigt mir, dass hier wirklich ein enormes Interesse mittlerweile entstanden ist. Und dieser Flächenbrand, der ist auch nicht mehr aufzuhalten. Der geht immer weiter durchs Netz und immer mehr Menschen fragen sich, Mensch, was ist dieses Nörs, wohalb Internet Deutschland von spricht und konträr diskutiert wird und jeder da seinen Senf zugeben möchte und beobachtet, was hier gerade gestartet ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe so etwas Spannendes wirklich noch nicht erlebt, das, was hier seit zwei Wochen passiert ist. Es ist am 10.02. gewesen, dass ich im Facebook unterwegs war und ein Video kurz mir angeguckt habe, anderthalb Minuten. Und dann hat es bei mir im Kopf zwei, dreimal Klick gemacht und meine Intuition ist auf 100% gegangen. Und ich habe mir gesagt, hey, wie clever ist das denn, was hier gerade gestartet wird? Wie clever ist dieses Unternehmen, was hier gerade etwas ganz, ganz Neues, was es so noch nicht gab, in die Welt hineinbringt? Und Sie werden sich fragen, um was geht es denn überhaupt? Ganz klar, es geht um ein Social Network, um ein Nischen-Social Network. Und zwar über ein Network, wo wir darüber sprechen werden, wo es um ein Netzwerk für Unternehmer von Unternehmern gibt, wie die Amerikaner sagen, das Social Network for Entrepreneurs, from Entrepreneurs. Also eine Plattform, wo ich zum einen Geschäftsideen finden kann, wo ich aber auch die richtigen Kontakte, Vertriebspartner für mein Unternehmen, für mein Business finden kann, wo ich aber auf der anderen Seite vielleicht auch einen Kapitalgeber finden kann über Venture Capital oder Crowdfunding-Möglichkeiten, wo ich aber auch eine Wissensdatenbank habe, das heißt eine Universität mit drin habe, wie ich erfolgreich gründe, wie ich mich selbstständig mache. Und all diese Möglichkeiten auf einer Plattform vereint. Darum geht es heute Abend. Und ich muss Sie an dieser Stelle warnen, der ein oder andere unter Ihnen wird sicherlich schon mal ein Webinar in den letzten Jahren besucht haben. Und ich möchte Sie hier an dieser Stelle ganz deutlich darauf aufmerksam machen, Sie können heute Abend nichts kaufen oder nichts bestellen. Es ist lediglich eine Chance und eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und Sie haben heute Abend die Möglichkeit, diese Chance als einer der ersten weltweit überhaupt für sich zu nutzen. Und es handelt sich hier garantiert um kein MLM-System. Das möchte ich an dieser Stelle auch ganz, ganz deutlich sagen. Um was es sich handelt, das werden wir uns in den nächsten Slides jetzt angucken. Ich denke, wir sind wie gesagt in 30 Minuten sind wir hier durch. The Web is changing the world. Wir alle sind heute vom Social Web, vom Internet so umgeben. Es ist so in unseren Alltag, in unsere Lebensrealität eingedrungen, wie nichts anderes in den letzten 10, 20 Jahren. Und für mich ist die Entwicklung des Internets und der Social Media dramatischer und wegweisender als die Erfindung der Dampfmaschine und die Industrialisierung. Weil diese Vernetzung, die wir hier mittlerweile tagtäglich erleben, die ist wirklich ganz, ganz besonders. Die hat auch in unserer Gesellschaft und unser Zusammenleben als Menschen eine ganz, ganz neue Qualität angenommen. Und wir haben hier mal einige Brands aufgeführt, die das Internet heute aktuell bestimmen. Ob es das Unternehmen Amazon ist, wo Sie alles kaufen können, ob es was für einen Kühlschrank ist oder ein Buch oder was auch immer oder die Bohrmaschine. Das ist heute Lebensrealität. Demnächst werden Sie das per so einer Drohne nach Hause vor die Haustür geflogen bekommen. Auch das werden wir alles noch erleben. Ob es ein Unternehmen ist wie Pinterest, wo es um Bilder und Video im Vordergrund geht oder Etsy oder eHarmony, die führende Plattform, wenn es um Dating geht oder LinkedIn. Alle sind Unternehmen, große Global Player, die enorme Werte aufgebaut haben. Natürlich Facebook, Groupon oder Alibaba oder Behance oder Angies List. All diese Unternehmen bestimmen weltweit, global oder in Nordamerika den Internetmarkt. Wir haben gerade erst vor einigen Tagen den Geburtstag von Mark Zuckerberg, hätte ich fast gesagt, nein, von Facebook gefeiert. Zehnjähriges Bestehen von Facebook. Für mich ist es seit vielen Jahren mein digitales Zuhause, mein Wohnzimmer. Und es ist wie gesagt aus der Welt nicht mehr wegzudenken. Alle rufen zum Trotze, dass Facebook auch im absteigenden Ast ist. Mittlerweile hat Facebook 1,2 Milliarden Menschen weltweit miteinander vernetzt. Und sie haben das ganz entscheidende Ziel, die nächsten 2 bis 3 Milliarden auch noch mobil miteinander zu vernetzen. Da passt dann auch die nächste Meldung sehr, sehr gut zu. Nämlich die Akquisition eines Unternehmens, was WhatsApp heißt, mit 43 Mitarbeitern für einen absoluten fantastischen Preis von 19 Milliarden US-Dollar. Und das stand hier im Spiegel Online, dann einen Tag später. Fast nie stehen im Silicon Valley die Räder still, doch am Mittwochabend ging für einige Stunden so gut wie nichts mehr. Die Nachricht hat das Tal getroffen wie ein Donnerschlag. Facebook kauft den Messenger-Dienst WhatsApp. Nicht die Übernahme selbst war der Grund des Schocks. Und dann geht es weiter, sondern der Preis 19 Milliarden Dollar. Und da sehen wir schon, warum so ein Unternehmen hochinteressant ist. Weil hier geht es um nichts anderes wie User-Daten um den User. WhatsApp hat 500 Millionen Mitglieder. Jetzt haben sie vielleicht ein paar Millionen verloren, weil sie mal eben offline gegangen sind. und da ein paar Probleme hatten. Aber das wird die nicht interessieren, meine Damen und Herren. Weil täglich kommen eine Million User hinzu. Und stellen Sie sich das bitte vor auf einen Monat, auf einen Jahr, was da passiert. Und das ist die Währung im Social Web. Das ist die Währung im digitalen Zeitalter. Nicht nur für die NSA, sondern auch für Facebook natürlich. Die Datensätze, das heißt alle Dinge, die sie über uns wissen. Und das natürlich auch im Mobile-Markt. Das ist die Zukunft ganz klar. Ihr Mikrofon knallt, höre ich gerade nicht so nah hingehen. Das mache ich doch gerne. Gerade war es ein bisschen zu leise, habe es ein bisschen näher angenommen. Ich hoffe, das ist jetzt angenehm für die Ohren. Ja, das ist das Thema. Und Wir befinden uns in einer Public-Beta-Phase. Und nicht bei WhatsApp und auch nicht bei Facebook, sondern stellen Sie sich bitte eins vor, meine Damen und Herren. Sie wären in der Startphase von Facebook, von Zing, von LinkedIn dabei gewesen. Sie hätten diese Unternehmen, die heute Millionen, Milliarden wert sind, Millionen und Milliarden von Nutzern vernetzt haben. Und diese Unternehmen hätten Sie in einer Startphase kennengelernt. Vielleicht gerade zu Beginn. Und das ist das, was ich Ihnen hier heute zeigen darf. Nämlich dieses Unternehmen, was Sie gleich kennenlernen, ist am 25.01.2014, also vor genau vier Wochen, online gegangen. In die sogenannte Public-Beta-Phase. Sie kommen dort nur mit einer Einladung rein, das heißt Invitation only. Alle anderen Social Networks haben genauso agiert und gearbeitet, ob es Google Plus war, ob es Pinterest war, selbst Facebook. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor vier, fünf Jahren, wo ich mich dann auch mal bei Facebook angemeldet habe, dass ich permanent Einladungen per E-Mail bekommen habe. Dein Freund XY ist auf Facebook und die Melanie ist auf Facebook und der Hans auch. Und komm doch auch mal dazu, bis es mir dann auf die Nerven ging, ich sage, okay, nach Zing und Twitter, dann halt auch noch Facebook. Und ja, heute kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Ich habe dieses Unternehmen, wie gesagt, vor zwei Wochen kennengelernt. Das heißt, der Start unseres Nörst-Deutschland-Teams, was daraus entstanden ist, ist gerade zwei Wochen alt. Und was hier entstanden ist, ist wirklich geschichtsträchtig. Ich habe sowas selbst noch nicht erlebt. Ich habe Twitter wachsen gesehen, ich habe LinkedIn wachsen gesehen und auch Facebook wachsen gesehen. Aber das, was jetzt hier gerade passiert, hat eine ganz, ganz besondere, außergewöhnliche Qualität. Und ich kriege so ein klein wenig Gänsehaut, wenn ich tagtäglich reingucke und sehe, wie sich dieses Social Network blitzartig um den ganzen Globus verbreitet. Und welches Social Network ist hier gemeint? Es ist die ganz, ganz neu gestartete Plattform Nörst. Hier vereinen sich drei Bereiche. Einmal Konzepte, Geschäftskonzepte, Business-Ideen, Connections, Kontakte natürlich, aber auch der Bereich Kapital. Diese drei Bereiche bringt Nörst zusammen und Nörst will die Plattform werden für Unternehmer, von Unternehmern. Eine reine Plattform, wo ich Geschäftspartner finde, wo ich Kooperationspartner, Joint-Venture-Partner finde, für meine Produkte, für meine Dienstleistungen, egal wo auf dieser Welt. Das heißt, wir sprechen hier über eine Plattform, die sofort zweisprachig gestartet worden ist, nämlich in Englisch und auch Spanisch. Und sie wird in immer mehr Sprachen übersetzt. Und wir erwarten in wenigen Tagen, vielleicht morgen, übermorgen schon, dass diese Plattform auch auf Deutsch verfügbar sein wird. Also es ist von vorne weg ein globales Projekt, was hier gestartet worden ist. Und es ist sicherlich eines der heißesten Start-ups, die wir aktuell im Silicon Valley finden können. Nörst sitzt in Palo Alto. Wer sich ein bisschen in der Tech-Szene auskennt, weiß, dass dort weitere namhafte, große Unternehmen auch zu Hause sind. Und die beiden Gründer des Unternehmens Nörst, der Frank Codina und der Dr. Kevin Routier, sind ausgewiesene Experten in der Tech-Szene im Venture-Capital-Bereich. Und der eine hat zehn Bücher geschrieben, der andere ist, wie gesagt, auch Venture-Capitalist und hat dort eine eigene Unternehmung. Sie sind also keine Anfänger, die Herrschaften, sondern sie wissen sehr, sehr genau, was sie tun und warum sie dieses Unternehmen in die Welt bringen, weil es bisher nämlich keine Anlaufstelle weltweit gibt für Unternehmer, die sowas finden können. Und ja, welcome to nurse.com, das ist der Spruch, den man immer öfter jetzt zukünftig hören wird. Und wie ich das zu Beginn schon sagte, werde ich die Fragen zu Ende beantworten. Und die bitte bis zum Schluss aufbewahren. Sehr, sehr gerne beantworte ich alle Fragen. Sie kriegen natürlich auch einen Link nachher, dass Sie sich zu Nurse registrieren können, selbstverständlich. Das Ziel dieser Plattform ist hier wirklich Unternehmergeist, Unternehmertum auf einer Online-Plattform, auf einem sozialen Netzwerk zu vereinen, mit den Anbietern von Geschäftsideen. Das kann ein Franchise-Unternehmen sein, das kann aber auch ein klassisches Network-Marketing- oder Direct-Sales-Unternehmen sein. Das kann aber auch ein generisches Business sein, wie zum Beispiel eine Pizzakette oder eine Fahrschule. Und das, wie gesagt, in einem weltweiten Maßstab. Und jetzt werden Sie sagen, Mensch, es gibt doch LinkedIn und es gibt Zing in Deutschland oder Europa. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber die haben von der Ausrichtung, von der Architektur und vom Design, haben die eine vollkommen andere Ausrichtung. Und hier steht der Angestellte sehr, sehr stark im Vordergrund und nicht ausschließlich der Unternehmer oder der Selbstständige. Und das ist bei Mörs ganz klar und deutlich die Zielgruppe, die hier angesprochen wird. Aktuell, wie gesagt, Only, on Registration Only, Invitation Only. Das heißt, Sie kommen zu dieser Plattform nur auf Einladung rein. Und der Thorsten Jäger wird Ihnen nachher natürlich eine Möglichkeit geben, sich hier zu registrieren, zu positionieren. Und das macht auch so ein klein wenig den Hype im Moment aus, weil natürlich jeder über Mörs spricht. Aber ja, du kommst halt nur rein über denjenigen, der dich darüber informiert hat. Und das ist halt auch das Tolle. Und was ist das Ziel überhaupt im Moment, da wir uns noch in der Beta-Phase befinden und die Monetarisierungsphase noch nicht begonnen hat. Die wird nämlich am 15. März eingeläutet und dann wird es Ende April, Anfang Mai dann die Open Public Phase geben, wo dann auch die Accounts zur Verfügung stehen, ja, gibt es im Moment nur die Möglichkeit, sich hier, wie gesagt, zu positionieren und zu registrieren und eine globale Reichweite aufzubauen. Weil das ist das, was Nörs einzigartig macht. Ich habe Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen in die Social Networks gebracht. Ob es jetzt ist Twitter, ich habe damals ein Buch über Twitter geschrieben. Ob es ist Zing oder LinkedIn, ich war bei den LinkedIn-Insiders dabei, da gab es einen tollen Tag, wo wir eingeladen worden sind als Multiplikatoren. Dort gab es ein tolles Mittagessen und dann auch nochmal einen Jahresbeitrag, Mitgliedschaft. Aber keines dieser Unternehmen, auch selbst in Facebook, hat mich nicht daran beteiligt, Monetär, dass ich mich hier mit Tausenden von Menschen vernetzt habe. Und stellen Sie sich einfach mal vor, ja, Sie haben Tausende von Mitgliedern auf Facebook und Sie würden nur an den Werbeeinnahmen Ihres Netzwerkes partizipieren oder an sonstigen Dienstleistungen, die auf Facebook ablaufen. Und Nörs geht hier einen vollkommen anderen Weg, die sagen, okay, wir stecken unsere Werbemillionen nicht in Roadshows oder in Advertising-Kampagnen in der digitalen, realen Welt, sondern wir beteiligen diejenigen daran, die diese Idee, diese Vision in die Welt bringen, an ihrer Reichweite über ein Affiliate-Marketing-System. Das heißt, dieses Affiliate-System wird ab dem 15.03., also in genau drei Wochen, zur Verfügung stehen. Und dann kann man ganz genau sich ausrechnen, wie meine Reichweite ich letztendlich monetarisieren kann, wie ich sie zu Geld machen kann. Und aktuell stehen jeden Vertriebspartner, der diese Chance und diese Idee nutzen möchte, diese fantastische Landingpage mit diesem Video zur Verfügung, die ist überall gleich. Vielleicht gibt es aber mittlerweile in acht oder neun unterschiedlichen Sprachen. Gerade heute ist Holländisch online gegangen und das finde ich so fantastisch an dem Unternehmen. Die versprechen nicht irgendwas, sondern die hauen es einfach raus. Ich sage es mal so, wie es ist. Es wurde Samstag in einem Live-Broadcast angekündigt, wo sie live gestreamt haben, dass Montag Holländisch kommt und heute um 18 Uhr oder 17 Uhr war Holländisch verfügbar. 90% ist auf Deutsch übersetzt. Ich erwarte also morgen, übermorgen, Ende der Woche erwarte ich die deutsche Version von NERS und dann wird eine noch größere Welle hier losgetreten werden und noch mehr Menschen auf uns zukommen. Also das sind wirklich ganz historische Zeiten, die wir im Moment haben. Und wer im Internet-Marketing, Online-Marketing zu Hause ist, der weiß, dass hier 80 bis 90% Conversion Rate, Konvertierungsrate auf einer Landingpage eine absolute Hammerrate ist. Das sind Zahlen, die wir vom Unternehmen haben. Selbst wenn es nur 40, 50% bei dem einen oder anderen sind, sind das Zahlen, wo sie richtig Spaß haben. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, 80% oder 90% der User, die sich tagtäglich, stündlich, minütlich auf NERS neu anmelden, kommen über solch eine Landingpage. Und ja, Start der Monetarisierungsphase, habe ich gerade schon gesagt, ist März 2014. Originalaussage vom Unternehmen. Mitte März werden wir mit dem Prozess der Aktivierung bzw. Aufwertung der Mitgliedschaften und oder Affiliate-Marketing-Vereinbarung anfangen. Und es wird auch der Beginn der Vergütung Ihrer Marketing-Bemühungen sein. Das heißt, wir haben hier ein goldenes Zeitfenster von noch genau drei Wochen. Einige haben diese Chance schon genutzt und haben gesagt, yo, ich vernetze mich hier mit der ganzen Welt oder mit den Unternehmen, so wie ich diese Chance letzte Woche, vorletzte Woche, Montag vor zwei Wochen erkannt habe und gesagt, ja, diese Unternehmung, dieses Social Network wird Geschichte schreiben. Ich bin mit dabei und bisher ist es so gekommen. Was daraus auch entstanden ist, zeige ich Ihnen gleich eins zu eins. Ich zeige das auch in meinen Social Networks auf Facebook und in anderen Netzwerken, damit man sehen kann, wie diese Entwicklung hier vorangeht. Ich mache das auch in unseren Facebook-Support-Groups ganz, ganz transparent, dass jeder sehen kann, was hier passiert und die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten für sich nutzen kann, wie Thorsten und ich das und viele tausend andere mittlerweile für sich auch tun. Ja, extreme Viralität, wie ich sie noch niemals in meinem Leben erlebt habe. Das ist ein Screenshot, der relativ frisch ist von heute Mittag, 17 Uhr. Durch den ersten Stein, den ich hier vor zwei Wochen geworfen habe, digital in die Social Media hinein und gesagt habe, hey, guckt euch das mal an, das wird was Spannendes, das wird was Großes, sind hier mittlerweile, ja, wir haben gleich andere Zahlen nochmal, genau will ich es Ihnen sagen, aber es sind mittlerweile 79 Länder dieses Planeten vernetzt. MERS insgesamt displayt mittlerweile 190 Länder. Das heißt, Nörse sind in 190 Ländern dieser Welt schon angekommen, in gerade mal vier Wochen. Das ist ein explosionsartiges Wachstum, ein digitaler Flächenbrand, den wir so noch niemals irgendwo gesehen haben. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum das so der Fall ist. Weil jeder um sechs Ecken kennt, jeder kennt jeden über sechs Ecken weltweit, das ist wissenschaftlich mittlerweile bewiesen. Jetzt kommt aber eines hinzu, dass mittlerweile, diese Zahlen sind übrigens nicht mehr aktuell, das ist eine alte, wir sind also mittlerweile bei 1600 Teilnehmern, sehen wir glaube ich auf der nächsten auch nochmal, dass mittlerweile wir, hier genau, hier haben wir die genauen Zahlen, 1593 war das heute Mittag, neun Ebenen tief und 79 Länder. Also wir haben mittlerweile eine Viralität und auch eine Vernetzungsrate auf der Welt, durch die Smartphones, durch Facebook und alle anderen Social Networks, wie wir sie noch niemals hatten. Das heißt, eine Information, eine Idee geht mit einer viel höheren Geschwindigkeit durch die digitale Welt, als das noch vor drei, vier, fünf oder vor sechs, sieben Jahren der Fall war. Und deshalb wird dieses Social Network in Kürze ja die ganze Welt erreicht haben und jeder, der unternehmerisch tätig ist oder ein Unternehmen gründen möchte, ein aufstrebender Unternehmer ist, wird von Nörrs Wissen und diese Dienstleistung nutzen. Wir haben im Moment eine Verdopplungsrate der Reichweite von ein bis sieben Tagen. Warum sieben Tage? Weil es genau sieben Tage gebraucht hat, bis wir von 800 auf 1600 User waren. Ja, das ist jetzt eine Woche her. Davor hat es ein, zwei oder drei Tage gedauert, bis sich jeweils die Nutzerrate, die Reichweite verdoppelt hat. Also von 100 auf 200, von 200, von 400, von 400 auf 800. Wie das weitergehen wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich bin genauso gespannt, aber ich kann Ihnen eins sagen. Wir werden hier Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Usern weltweit vernetzen. Das Ziel von Nörrs sind 50 Millionen User bis Anfang April. Aber ich glaube, dass Sie das viel, viel erreichen können. Nämlich nach dem, was hier gerade begonnen ist, ist das absolut outstanding. Und Sie haben vielleicht schon mal die Aussage gelesen oder gehört. Ich habe eine ganze Menge dadurch gelernt, weil es gibt natürlich auch Zweifler, es gibt Zauderer und es gibt auch Negativdenker in unserer Welt, die sagen, ja, die Amis, die hypen das und das ist nur wieder das nächste, das und das nächste, das und das geht so schnell, wie es wieder verschwindet. Für mich zählt im Leben nur eins und das ist Erfolg ersetzt Argumente. Das heißt, die, die was erfolgreich vormachen und wenn es funktioniert, im Kleinen funktioniert, gerade bei Vertriebssystemen ist das sehr, sehr entscheidend, dann funktioniert es auch im Großen, dann ist es hochskalierbar, dann ist es multiplizierbar und Erfolg ersetzt Argumente kann ich bisher hier ganz deutlich sagen. Wie gesagt, knapp 1600 User in 14 Tagen in 79 Ländern in neuen Ebenen vernetzt. Ich habe sowas selbst noch nicht erlebt und das ist absolut besonders. Warum ist das so? Niemals waren wir vernetzter, ich habe es gerade schon mal gesagt. Der Eric Krollman, der das tolle Video Social Media Revolution, was Sie auf YouTube finden können, produziert hat, der spricht auch von Socialnomics. Ja, so nennt er die User, die teilen, die kommentieren, die Informationen in die Social Media reingehen und Word-of-Mouth-Marketing ist die effektivste Art und Weise und die älteste Art und Weise, wie sich Informationen auf der Welt von Mensch zu Mensch übertragen haben. Früher wurde das auch, ja natürlich noch mit der Postkutsche und mit dem Boden und dann mit Briefen und, 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 wurden Informationen weitergegeben. Da hat eine Information halt mal ein paar Monate gedauert, bis sie zum nächsten Menschen kamen oder ins nächste Land kamen. Und durch diesen extrem hohen Vernetzungsfaktor spricht der Eric Krollman hier von Bird of Mouth on Digital Steroids. Ja, weil eine Information wirklich in digitaler Geschwindigkeit, fast in Echtzeit um die Welt geht und nur dadurch ist sowas möglich, was wir hier jetzt auch mit NURS erleben. Wenn Sie sagen, Mensch, wo kann ich jetzt mich hier registrieren, ich will diese Chance nutzen und sofort auch diese drei Wochen einfach für mich nutzen, die sind elementar wichtig. Natürlich werden Sie danach auch NURS noch promoten können und hier ein Geschäft machen können, gar keine Frage, aber ich möchte Sie hier wirklich sensibilisieren. Nämlich das ist ein goldenes Zeitfenster von drei Wochen. Natürlich kostenlos registrieren. Der Thorsten Jäger wird uns gleich hier die Links reinposten. Dann bitte eins sofort machen, Ihr Profil ausfüllen, in den Settings ein Bild hochladen. Da kommt auch schon das erste, der erste Link in den Chat hinein. Und dann erstellen Sie bitte sich Ihren persönlichen Affiliate Link, damit Sie diese Informationen sofort weitergeben können und diese Chance für sich nutzen können. Machen Sie das dreimal erfolgreich, das heißt, Sie haben drei erfolgreiche Freischaltungen in Ihrem persönlichen Account, die sind dann grün oder completed. Dann wird Ihr persönlicher VIP-Bereich freigeschaltet. Und dort haben Sie weitere Informationen, PDFs, Interviews mit den Gründern vom Launchen. Sie können alles nachvollziehen, hochwertiger Content. Und wenn Sie insgesamt sechs Leute erfolgreich eingeladen haben, dann bekommen Sie dieses Buch von den beiden Gründern. Dr. Dennis Corvier, der hat wie gesagt zehn Bücher schon geschrieben. Und Frank Codina, die beiden Gründer von NURS. Und Sie können sich dieses Buch digital runterladen. Und ich habe immer mal wieder jetzt schon reingelesen. Ganz habe ich es noch nicht geschafft, weil einfach extrem viel los ist. Aber die Jungs sind keine Anfänger. Die wissen, was sie tun. Und dort ist wirklich extrem hochwertiges, mehrwertiges Wissen drin. Gut, was haben Sie dann noch gemacht? Sie gucken sich Ihren VIP-Bereich rein. So sieht der aus. Dort sind die Videos. Gucken Sie sich die Videos an, so wie es passt. Wie gesagt, von der Launch-Phase. Sie können alles nachvollziehen und sind auch direkt drin. Und regelmäßig wird auch neue Informationen direkt aus dem Silicon Valley gestreamt. Samstagabend um 19 Uhr, deutscher Zeit, Livestream durch Kevin Codina. Und am Mittwochabend um 22 Uhr, deutscher Zeit, geht es um Affiliate News. Also übermorgen von dem Chef-Techniker, was das Thema Affiliate angeht. Den Namen habe ich gerade nicht parat. Aber da kommt dann immer auch noch mal eine E-Mail für die, die registriert sind. Gut. Ja, hier der persönliche VIP-Bereich nochmal. Broadcast, also wirklich auf der Höhe der Zeit. Die Jungs sind wirklich fit, was Technik angeht. Absolut top. Kann ich nicht anders sagen. Was gibt es jetzt zu tun, wenn Sie sich registriert haben? Dann bitte unseren Support-Groups beitreten. Wir haben mittlerweile sechs, sieben, acht verschiedene Nurse-Gruppen, die allein aus unserer Gruppe heraus entstanden ist. Die Nurse-Deutschland-Team-Gruppe ist die erste, die wir gegründet haben mit mittlerweile 300 Mitgliedern. Und wer sich ein bisschen in der Szene auskennt, guckt einfach mal im Mitgliederbereich, wer schon mit dabei ist, wer die Chancen hier erkannt hat. Ich glaube, es gibt kaum eine kompetentere und erfahrungsdichtere Gruppe auf Facebook, was Experten angeht, die wir hier im Moment gegründet haben. Und dann gibt es nur eins, meine Damen und Herren. Einladen und die Idee weiterbringen. Ob es jetzt drei, fünf, zehn, 15 oder 20 erfolgreiche Einladungen sind, die Sie am Tag generieren, das hängt von Ihren Möglichkeiten an. Ich kann Ihnen eins sagen, Sie müssen kein Social-Media-Experte sein. Sie müssen kein Internet-Marketer sein, kein Affiliate-Experte. Und Sie müssen auch nicht eine riesengroße E-Mail-Marketing-Liste von zigtausenden von E-Mail-Adressen haben. Es funktioniert im Kleinen. Geben Sie es weiter, sagen Sie den Leuten, Sie möchten sich das Video ansehen, nach der Registrierung die neun Minuten ansehen, da ist nochmal ein Video bei. Und dann wird dieser Flächenbrand automatisch weitergehen. Das, was wir hier vorgemacht haben, was ich vorgemacht habe, kann jeder heute noch genauso nachmachen, sogar noch erfolgreicher nachmachen. Das ist also keine Benchmark, die wir hier gemacht haben. Es ist ein fantastischer Start. Aber wer sagt denn, dass morgen sich jemand registriert, der 5000 Leute in zwei Wochen hier erreicht oder 10.000 Leute? All das wird möglich sein. All das werden wir erleben, weil Sie wissen nicht, wer in der dritten, vierten Ebene sich dort anschließt. Das kann jemand sein mit einer riesengroßen E-Mail-Marketing-Liste. Das kann jemand sein mit 20.000, 30.000 Blog-Lesern jeden Tag, der mal ein Video reinmacht oder einen Blog-Artikel schreibt. Das kann jemand sein, der vielleicht ein Multiplikator in der realen Welt ist, einen Franchise-Verband gegründet hat. Whatever. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Es funktioniert. Es verbreitet sich. Und selbst, wenn ich es stoppen wollte, ich könnte es nicht mehr stoppen, weil es sich einfach wie ein digitaler Flächenbrand hier verbreitet und um die Welt geht. Jetzt sehe ich gerade, dass hier ein ganz lustiges Zeichen mit reingekommen ist, was auch immer das heißen mag. Also, warum sollten Sie sich auf direkte Reichweite konzentrieren? Ganz, ganz einfach erklärt. Da kommt nämlich auch die Frage von dem Werner Rosin. Wo verdient man Geld? Man verdient Geld bei den Paid-Accounts, die sind mittlerweile zweifach vorgestellt worden, findet man auch im öffentlichen Blog. Den können wir gleich hier auch nochmal linken. Und natürlich auch im VIP-Bereich. Da werde ich heute nicht näher drauf eingehen, auf diese Accounts. Und diese Accounts werden natürlich verprovisioniert. Das heißt, über das Affiliate-Marketing-System bekommen wir hier Provisionen. Wir werden einmal an der direkten Reichweite vergutet. Das heißt, jeden, den Sie zu NERS eingeladen haben, bekommen Sie direkte Provisionen drauf. Aber, und das ist das extrem Spannende, über die globale Reichweite. Das heißt, haben Sie hier in drei Wochen, drei Monaten, sich 10, 20, 30.000, 50, 100.000 User aufgebaut, die durch Ihren ersten Stein, den Sie geschmissen haben, in die digitale Welt entstanden sind, dann werden Sie daran verbietet. Und das ist ein Massenprinzip. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Geld wir damit verdienen werden zum heutigen Zeitpunkt, weil der Compension-Plan erst am 15.03. auch veröffentlicht wird. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es wird lustig werden. Und die, die die Chance nutzen, die werden zu den Gewinnern dabei gehören. Und wer sagt, okay, ich gucke es mir erstmal an, der wird erst später die Vorteile nutzen. Aber ich kann Ihnen sagen, wer Unternehmer ist im Herzen durch und durch, der wird NERS lieben und wird es nutzen und auch die Vorteile für sich nutzen. Sie können hier zum Beispiel Webinare einstellen, Sie können eigene Videokurse einstellen. Also jeder, der im Internet etwas verkauft, digital und Kooperationspartner, Vertriebspartner, Joint Venture Partner sucht oder auch Venture Capital, Kapitalgeber, der wird NERS als Anlaufstelle nutzen wollen. Und deshalb ist es für jedes Social Network, für jedes Affiliate-System eine optimale Ergänzung, sondern keine Konkurrenz. Das ist das Fantastische. Sie können hier mit jedem sprechen und sagen, hey, ich habe den besten Saft, den besten Kaffee, ich habe das Produkt und das Produkt. Wird auch weiterhin so sein, mein Lieber. Du guck dir NERS an, du wirst demnächst noch mehr Spaß haben, weil du ganz gezielt die richtigen Vertriebspartner für deine Nische, für dein Produkt hier finden kannst, über ein ganz intelligentes Matching-System. Und NERS ist die optimale Ergänzung für dich. Ja, wir sprechen hier von Wachstum auf Autopilot, meine Damen und Herren. NERS hat ein sich selbst duplizierendes, eigenständiges Marketing-System mit optimal aufeinander aufbauenden und abgestimmten Prozessen. Sie müssen hier nicht das Rad neu erfinden. Und diese funktionieren in der Praxis laserscharf. Ich selbst habe mein Know-how der letzten fünf Jahre, die ich in der Social Media, im Social Network Marketing aufgebaut habe und nach 23 Jahren Vertrieb eins zu eins in die Support Groups bei Facebook integriert. Ich lasse jegliches Wissen, lasse ich Ihnen zur Verfügung. Nutzen Sie es, duplizieren Sie es für Ihren Erfolg, für unseren Erfolg und nutzen Sie diese Chance. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist eine Entscheidung treffen und dann Ihren persönlichen Affiliate nehmen und den in die Welt bringen. Das heißt, der Fokus steht aufs Tun, Tag und Nacht abgekürzt oder die Schwaben lesen das andersrum, nicht unnötig trödeln, also aktiv werden. Action machen und ein bisschen die Welt verrückt machen, dass noch mehr Menschen über NERS sprechen. Und dann werden Sie die gleiche Geschichte erleben, wie Sie in den letzten zwei Wochen erlebt haben, dass ich das mal an einige Leute weitergegeben habe und da mittlerweile anderthalbtausend Leute in fast 80 Ländern dieser Welt daraus entstanden sind. Ja, hier sind die beiden Affiliate-Links und nutzen Sie die Möglichkeiten, sich hier zu registrieren. Ich trinke jetzt erstmal ein Stück Wasser und gebe das Wort an Thorsten Jäger und stehe dann sehr, sehr gerne natürlich allen noch für die Beantwortung der Fragen hier zur Verfügung. So, ich habe das Chatfenster erstmal freigegeben. Stefan, erstmal vielen Dank für die Vorstellung von NERS. Wir haben es ja den digitalen Flächenbrand genannt und wir sind mittendrin. Das ist einfach der Punkt. Das ist auch das der Grund gewesen. Wir haben letzte Woche zusammen telefoniert, vielleicht für alle, die jetzt noch nicht da waren, vorhin am Anfang, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir hatten letzte Woche spontan telefoniert. Stefan ist auf mich zugekommen, hatte mir bei Skype was reingestellt und wir haben dann ja innerhalb von zwei Minuten gleich telefoniert und er hatte mir das kurz erzählt und es kam also bei mir jetzt ziemlich schnell der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist und der Stefan kennt mich. Er weiß, dass ich da erstmal mich einfach im Kreis drehe, bevor ich da überhaupt meine Ohren öffne. Also, er hat es geschafft, dass wir das einfach ganz spontan denn hier heute Abend gemacht haben, dieses Webinar und ich hoffe, dass das auch so rübergekommen ist, wie es auch bei mir angekommen ist, dass hier wirklich etwas Grandioses in den Startländern steht und wir sind schon in diesem Prozess drin und ja, Sie können sich jetzt sofort anmelden und wir haben mir die Links auch hier eingestellt und ja, dann geht es los. Sie werden ja auch in der Facebook-Gruppe, werden Sie sehen, wie schnell sich, ja, wie viel da überhaupt diskutiert wird, was da passiert. Ich werde Ihnen den Link zur Facebook-Gruppe, den werde ich Ihnen noch zu-mailen, das bekommen Sie noch nach dem Webinar, also da können Sie jetzt ganz entspannt rangehen. Mailen Sie sich am besten erstmal an, sodass Sie dann schon mal in dem Portal drin sind und von mir bekommen Sie dann noch alles per E-Mail zugeschickt. Ja, hier kommen viele Fragen rein, die möchte ich gerne beantworten. Wo kann ich mich registrieren? Wir haben die Registrierungs-Links hier gerade reingepostet. Wenn Sie zu diesem Webinar von einer dritten Person eingeladen worden sind, also sprich nicht vom Thorsten Jäger oder von Stefan Berns, möchte ich Sie bitten, der Fairness halber diese Person zu kontaktieren und sich dort den Affiliate-Link zu holen. Das ist ja selbstverständlich für uns, dass Sie sich dort registrieren, von dem Sie diese Information bekommen haben. Ansonsten derjenige, der Sie eingeladen hat, herzlich willkommen bei Thorsten Jäger, herzlich willkommen bei Stefan Berns und selbstverständlich wird es auch etwas zu verdienen geben, das hatte ich während des Webinars schon gesagt. Die zwei Accounts von den insgesamt drei Account-Möglichkeiten, die wurden schon vorgestellt, die findet man im öffentlichen Blog, wie aber auch im VIP-Bereich und nach der Registrierung, sobald man drei Leute erfolgreich eingeladen hat, kann man den VIP-Bereich, wie gesagt, freischalten und sich angucken. Es gibt viele, viele Informationen, in der Facebook-Support-Group und dort ist also keiner allein gelassen. Alle Tipps und Tricks, alles Know-how haben wir dort eins zu eins drin und wie gesagt, es ist keiner alleine dabei. Gut, ich bin bereits registriert, aber aktuell sieht man leider gar nichts, was Vorteile bringen soll. Kann auch mal wieder eine reine Adresseinsammel-Aktion sein. Dann sind hier alle nur die Deppen und ich hoffe, dass ich, auch wenn ich das nicht hoffe, genau, Karl-Heinz Weirich, ich glaube nicht, dass ein Unternehmen so einen Aufwand betreibt, um sich hier die größte E-Mail-Marketing-Liste zu schaffen. Das kann man viel, viel einfacher machen und wer sich ein bisschen damit beschäftigt und noch ein bisschen unternehmerisch denkt, der wird sehr schnell verstehen, dass das genau nicht der Fall ist, sondern dass hier ein Unternehmen zwei Jahre Vorbereitungszeit gemacht hat, nämlich das sind Sachen, die sie kommuniziert haben öffentlich und hier einen Role-Map ausrollen. Sehr, sehr clever, sehr, sehr durchdacht und alles Schritt für Schritt an den Markt bringen und deshalb werden wir das auch so in dieser Art und Weise nicht erleben. Thomas Müller, die Frage habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach schon beantwortet. Es wird Accounts geben, die kostenpflichtig sind. Die genauen Accounts sind im VIP-Bereich erklärt. Dort ist auch das Pricing erklärt. Das werde ich an dieser Stelle nicht vertiefen, weil es einfach vom Rahmen und auch von der Zeit nicht passt. Aber wie gesagt, diese Sachen sind öffentlich und können eingesehen werden und geben wir auch gerne Informationen weiter. So, jetzt gucke ich einfach nochmal, was hier an Fragen kam. Es kamen eine ganze Menge Fragen rein während des Webinars. So, genau. Es gibt auf YouTube ein deutsches Erklärvideo. Das ist das Spannende. Da ist eine Eigendynamik in diesen zwei Wochen auch entstanden von Teampartnern, die einfach machen und die Dinge umsetzen. Fantastisch. Unter anderem dieses deutsche Erklärvideo. Und dieses Video kann jeder von euch sich in seinem eigenen YouTube-Channel reinziehen. Da gibt es den YouTube-Video-Converter. Und dann nehme ich dieses Video und ziehe das bei mir in den Channel rein. Ganz, ganz easy. Es ist freigegeben von der Lizenz. Also, ihr habt da überhaupt kein Problem. Und dann macht ihr euren Affiliate-Link da drunter und könnt dieses Video zur Promotion benutzen. Ich kann das hier gerne nochmal an der Stelle reingeben. Das ist der YouTube-Editor und das Video genau, hat der Thorsten schon reingepostet. Super, super. So, was haben wir denn hier noch? Ist NERS eine reine B2B-Plattform? Fragt der Werner Rosin. Ja, das ist eine reine B2B-Plattform. Die Zielgruppe sind Unternehmer, sind Unternehmen. Und wie gesagt, Venture-Capitalgeber. Es ist eine Plattform von Unternehmern für Unternehmer. Ein globales Potenzial von 450 Millionen Menschen, die jetzt schon Unternehmer sind. Und es gibt eine Studie von einem Entrepreneur-Unternehmen, Magazin, die herausgefunden haben, dass am liebsten zwei Drittel der Menschen weltweit ihr eigenes Unternehmen gründen würden, wenn sie denn die Möglichkeiten des Wissen oder die richtige Geschäftsidee überhaupt hätten. Also wir haben hier auch einen historischen Umbruch, den ich sehe. Und ich denke, eine grandiose Möglichkeit, hier wirklich ganz, ganz viele Menschen anzusprechen. So, die Registrierung ist erstmal kostenfrei. Ja, selbstverständlich. Vielleicht war das mit der Frage auch vorhin gemeint. Die Registrierung ist kostenfrei. Und wer dann später das Upgrade machen möchte, entscheidet jeder selbst, wie es passt und was für ihn möglich ist. Ab wann gibt es das auf Deutsch? Wie gesagt, in wenigen Tagen erwarte ich die Freischaltung. 90% der Sprache ist übersetzt worden. Und insofern haben wir das in ein, zwei Tagen dann auch in Deutsch. Übrigens ist Holländisch für unsere niederländischen Freunde, Nachbarn heute online gegangen. Gibt es dieses Webinar bereits für registrierte Neuhausmitglieder als Aufzeichnung? Wir werden eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Und ja, ob der Thorsten das in irgendeiner Art und Weise, dann müssen wir mal schauen. Also auf EduDip ist auf jeden Fall zur Verfügung. Also ist aufgezeichnet und das geht dann. Jo. So. Gibt es eine kurze Liste der nötigen Schritte? Ja, die gibt es, Norbert Schröder. Und Das ist eine Kurze der Nötige. Das ist eine Kurze der Nötige. Ich bin im